Wenn der Angreifer in der Side Position ist, bringe ich meine Hände zwischen mir und ihm. Von hier aus drücke ich ihn hoch. Das ist Ziel Nummer 1. Brücke und Angreifer mit den Händen hochdrücken. Erster Punkt. Brücke und Angreifer mit den Händen hochdrücken. Von hier aus bringe ich mein Hintern raus und mein Knie rein. Eine Schwimmbewegung also. Wenn jetzt mein Knie drin ist, drücke ich das Knie in den Angreifer und drehe mich von hier aus zu. Jetzt bin ich in der Guard Position und kann hier den Angreifer wegbringen. Kontratex, wegdrücken, wegtreten. Ja! 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 Ja!